Moin Moin und herzlich willkommen beim Minigolf in Villages Nature. Wir hatten uns gedacht wir tauschen unsere drei kostenlose Aktivitäten die wir bei der Buchung dabei bekommen hatten gegen eine Runde Minigolf. Ja aber so einfach ist das hier nun mal nicht. Minigolf zählt nicht zu den Aktivitäten die man kostenlos bekommt also mussten wir dafür bezahlen aber wir hatten richtig Bock auf Minigolf. Bowling wäre übrigens umsonst gewesen. es geht weiter, bis zum nächsten Mal. Musik Insgesamt hat dieser Platz hier 18 Bahnen, die alle sehr nett gestaltet sind, wie ihr noch im weiteren Film sehen werdet. Allerdings, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr genau darauf achtet, beziehungsweise am Schluss habe ich auch einige Szenen reingesetzt, gepflegt wird dieser Minigolfplatz überhaupt nicht. Es wächst nämlich sogar schon Unkraut auf dem Platz. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.